Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Minecraft Survival. Wir sind gerade aufgestanden und wollen jetzt ein Haus bauen. Dazu brauchen wir aber erstmal eine bessere Holzachse. Okay, da haben wir nichts mehr. Dann gehen wir hier nochmal ein bisschen Holz fahren. Das sollte erstmal reichen. Und noch Holz. So, da hinten war unser... Ich muss mir auch noch einen Platz ausdenken, wo ich das Haus überhaupt hinbaue. Sticks. So. So. Ja, wo baue ich denn mein Haus überhaupt hin? Es wäre halt schon gut, wenn das von Zombies weg wäre. Also irgendwie in der Luft schweben, so leicht in der Luft schweben würde. Oder hier auf dem Wasser. Genau, ich baue hier auf dem Wasser. Dann sind es sogar Kühe. Geil. Dann baue ich mir jetzt ein Haus. So viel Holz. Okay. Habe ich noch Stein? Da ist Stein. Da muss ich noch mehr Stein holen. Stein, 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 Stein. Es wäre komisch, wenn auf der Insel irgendwelche Zombies bauen würden. Und ich brauche Kohle. Ich brauche Facken. Mann! Ich brauche so vieles und finde es nicht. Welche Insel nehme ich? Die oder die? Die. Mit den Kühen. Ja, ich weiß. Ich komme doch schon. Ihr nervt. Huch, mit der Axt geht das ja viel schneller. Sehr schnell. Huch, zwei Schläge nur. Schön. Jetzt weiß ich, wie ich meine Tiere töte. Ach, Mann. Warum muss ich eigentlich im Wasser bauen? Ach so, wegen Zombies. Schneller, 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 schneller. Schon wieder zu weit gebaut. Ich bin Baukönig. Ich hoffe, das Haus wird schön. Aber das liegt ja an mir selbst. Leider. So, Grundriss steht. Dann brauche ich noch mehr Holz. Drei verschiedene Holzarten. Okay. Schneller. Ich nehme ein Pilz in der Luft. Ich weiß nicht, ob ich hier eine Brücke bauen soll. Schneller für mich, aber auch besser für Zombies oder Skelette. Oh, hat sogar genau gereicht. Gut. Und da kommt die Tür hin. So. Dann gehe ich erst mal meine Sachen holen. Mann, sind ja viele Kürbisse. Das, 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 das. Ich hätte auch eigentlich einfach nur die Kiste abbauen müssen. Das, das kommt da hin. Das kommt da hin. Das kommt da hin. Und das kommt da hin. Wird es langsam Nacht, oder warum ist es so dunkel? Okay, es wird Nacht. Dann wird es Zeit, mein Bett zu platzieren. So. Kann ich schon schlafen? Nein, dann kann ich noch mal ein Ding holen. Ach, stimmt, da ist Süden. Ich hätte da auch noch ein Crafting-Mensch. Ja. Okay, jetzt ist aber Zeit zu schlafen. Los geht's. Jetzt kommen noch die Zombies. Und fertig. Dann gehen wir schlafen. Und das war's auch mit der zweiten Folge Minecraft Survival. Und das war's auch mit der zweiten Folge Minecraft Survival. Und das war's auch mit dem Modell. Und das war jetzt schon wieder mit dem Modell.